Es ist eine herrliche Gelegenheit zu sehen, wie Kulturen und Handwerken miteinander spielen und Olympische Spiele für sich im Moment weiter schaffen. Grundsätzlich ist es so, dass es bei Futura und am Fußball keinen Platz für Menschen geben sollte. Die Unterscheiden zwischen Hauptfarben, Herkunft und Nationalitären. Also es muss uns grundsätzlich abzuleben. Im Fußball im Stadion muss es ja ganz besonders abzuleben. Und Fußball könnte frei davon sein, deswegen kein Rassismus, kein Fußball, der hat sich ein Faschistler im Stadion. Fußball ist für alle und Kassismus hat im Fußball keinen Platz. Man muss die Leute natürlich bekämpfen, wenn man sie trifft. Man hat sich auch nicht schon über den Rassisten, aber in der ganzen Welt schon nichts zu suchen. So Fußball kann zu einem Stadion haben, man nutzt das schon zum Beispiel, dass man mit einem anderen Segen rauskommen kann, dass man mit einem anderen akzeptieren muss und man hat diesen Beispiel besonders auch nicht komplett hier. Kassismus-Fußball, meine meisten Spiele aus, alle Nationen und das ist auch nur ein.